Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Live Thermomix Unboxing für euch, denn ich habe hier den schwarzen Limited Edition Thermomix und ich habe mir gedacht, ich packe den gleich zusammen mit euch aus. Für die Leute, die das eventuell noch nicht wussten, ich bin österreichische Thermomix Beraterin. Das bedeutet, falls ihr aus Österreich seid, da könnt ihr, wenn ihr wollt, den Thermomix gerne über mich bestellen. Und aktuell gibt es auch sogar eine Aktion, denn den schwarzen Thermomix gibt es zusammen mit einer schwarzen Schürze und dem Kartoffelpiler für 1399 Euro. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. In der Infobox steht meine E-Mail-Adresse, auch die Instagram-Page www.dianadiamanta.theromix. Dort poste ich immer regelmäßig auch Rezepte und immer wieder Aktionen. Folgt mir dort gerne, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir und ich mache gleich hier mit euch zusammen den Thermomix auf. Als erstes haben wir hier mal einen Pflegehinweis, weil der schwarze Thermomix, der darf man niemals trocken abwischen. Das heißt, bevor ihr den Thermomix aufmacht, bitte Pflegehinweis lesen, ganz, ganz, ganz wichtig. Was haben wir denn da? Hier haben wir einen kleinen Karton, wie ihr seht, und da drinnen befindet sich der Varoma. Also hier einmal Varoma für Dampfgarn. Einmal der Deckel. Dann haben wir hier den Spritzschutz. Das ist der Spritzschutz für den Mixtopfdeckel. Dann haben wir hier auch einmal den Spatzel. Also der Spatzel, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir hier den Rühraufsatz. Der ist ganz toll, wenn man Sahne aufschlägt oder Buttercreme macht. Also wirklich toll. Dann natürlich den Varoma-Boden. Hier drinnen kann man, ja, diverses Fleisch garen, Kartoffeln, was auch immer. Und dann hat man hier noch einen Einwegeboden, damit man einfach zwei Fächer hat. Wenn man zum Beispiel Fleisch und Kartoffeln machen möchte, gleichzeitig... Und so schaut das Ganze im... ja, kompletten... aus. Dann haben wir hier... Der kommt in den Mixtopf hinein. Der ist auch in den Messfächer integriert. Und auch mit so einer Lippe, dass man das auch wieder ausschütten kann. Also richtig toll. Ja, das war vielmehr mein kleinen Karton hier. Zu jedem Thermomix kommt natürlich auch das Thermomix-Buch, das ist einfach selbst gemacht. Da drinnen sind wichtige Tipps, Ideen, auch Rezepte, die man ausprobieren kann. Also lohnt es sich definitiv, hier ein bisschen darin herumzustöbern. Eine Gebrauchsanleitung ist da auch noch mit am Ball. Der Thermomix aber ist sehr leicht zu bedienen. Also natürlich durchlesen für die Leute, die sich damit einfach sicherer fühlen. Aber mit dem Thermomix kann ich euch garantieren, den kann einfach jeder bedienen, weil das ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr einfach in der Bedienung. Einfach nur lesen, was da auf dem Bildschirm steht und schon seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt kann ich mal sagen, ich bin den Karton runter. So. Oh mein Gott, wie schön ist der bitte? Wow, wirklich, wirklich schön. Wirklich, der ist wirklich schön. Also ich habe ihn mir nicht so schön vorgestellt, aber der ist wirklich ein toller Hingucker. Hier ist übrigens noch Folie, also nicht wundern. Was natürlich beim Thermomix noch dabei ist, ist der Mixtopf. Das ist natürlich hier schon drinnen reingesteckt. Der Deckel und innen drinnen ist noch das Garkörbchen, in dem man Reis und Sonstiges zubereitet. Daher der Thermomix jetzt noch nicht angeschlossen ist, ist es noch zugedreht. Und ich kann euch das jetzt nicht zeigen, außer ich würde ihn jetzt anstecken. Aber das mache ich dann in Ruhe. Ich richte mir dann auch mein Cookie-Do ein. Das heißt, ich habe dann 80.000 Rezepte circa. Thermomix hat auf jeden Fall mit der Cookie-Do App das größte Kochbuch der Welt mit fast 80.000 Rezepten. Und das Cookie-Do Abo ist natürlich auch kostenpflichtig, aber das erste halbe Jahr ist das kostenfrei. Und ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Ideen. Egal ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch, Hühnchen, Rind, was auch immer. Und ganz, ganz viele Desserts. Also ich empfehle es auf jeden Fall, dass man das nutzt. Aber man kann es aber auch weglassen, wenn man es nicht braucht. Also ja, jeder wie er mag. Und ja, das ist der schwarze Thermomix. Wie gesagt, meldet euch gerne bei mir bis zum 4.4. Da ist die Aktion gültig. Nur für Österreich, dass ich das nochmal dazu erwähne. Also nur für Österreich. Checkt auch gerne meine Instagram-Seite. Ich werde sie euch nochmal hier einblenden. Sie ist aber auch unten in der Infobox verlinkt. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis jetzt beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!